ja komm mein name ist an die welt und ich begrüße euch zu let's watch kingdom hearts back cover ja in meinem letzten meiner letzten aufnahmesession habe ich ging normal stream drop distance abgeschlossen mit allen drum und dran und ja wir können jetzt endlich mal zu etwas neuem content hier überspringen und zwar konnte in den ich noch nicht kenne was auch eine neuer ist auf diesem kanal weil alles was ich zu kingdom hearts mäßiger let's play habe sind alles spiele die ich schon mal so nicht ein paar mal durchgespielt hat und wohl schon erfahrung mit habe mit ausnahme von diesen beiden sachen von der kingdom h 2.8 disk und ja ich habe mich ein bisschen informiert das hier ist nur ein film und ich sollte vielleicht diesen bevor ich hier fragmentary passage zocke angucken aber ja weiß nicht wenn man ich glaube das wichtigste war einfach nur hat man das erste spielt aber das war ja sowieso schon für mich erledigt am anfang an und ja der film geht so eine stunde habe ich herausgefunden das heißt ich werde dem film mit zwei parts schneiden zweimal eine stunde einmal werde ich den samstag und einmal sonntag hochladen also das hier ist der samstag part offensichtlich weil ich das schaffe aber ich denke mal schon und ja das wird ein bisschen merkwürdig sein weil tschuldigung weil ich hier einfach nur sitzen werden und mir ein film mit euch angucken werde das ist sehr komisch und ja wenn ihr den film selber gucken wollt dann kaufe ich das spiel entweder oder da ist die offensichtlichste lösung also kauf ich das spiel verdammt noch mal oder ihr geht auf weil nicht youtube oder was weiß ich und guckt euch da den film an weil ich werde dazwischen quasi ich werde den mund aufmachen wenn mir irgendwas auffällt mir so danach ist oder so und ja warum nehme ich mich überhaupt dabei auf ja aber ich will zum ersten mal hier etwas neuen content hier mal hochladen weil ich kenne den film nicht und ich kenne das spiel auch nicht und ja ich will meinen erster eindruck einfach mal aufnehmen und mit euch teilen und ja warum nicht weil ich bin jetzt auch schon weil nicht seit kingdom 1 rausgekommen ist ein riesiger kingdom hearts werden und jetzt für mich endlich mal hat neues hier zu entdecken ist auch nicht schlecht vielleicht gibt es ja irgendwie so easter eggs oder vorschadowing für kingdom arts 3 oder irgendwie sowas was in diesem film vorkommt oder irgendwelche anderen sachen die man vielleicht bemerken sollte könnte und ja deswegen nehme ich mich halt auf damit ich auf video habe und ich bin durch teilen kann und so weiter und so fort noch irgendwas was weiß ich über den film ich weiß dass die story so 1000 jahre 1000 jahre 1000 100 jahre ich nehme an 1000 so 1000 jahre vor dem ersten king im harz teil spielt und ich glaube sogar noch vor dem schlüsselschwert krieg und ja diese komischen fünf figuren die man da sieht sind alles so und träger die irgendwie so tiermasken glaube ich aufhaben und die haben irgendwie eine große bedeutung und das war es eigentlich schon irgendjemand mit einer kutte der organisation 13 läuft auch darum jedenfalls sehe ich das hier auf dem cover sieht man diese ganzen maskenträger und hier so zwei typen mit so umhängen auf sich hat weiß ich noch nicht weil wenn wir herausfinden und noch irgendwas noch irgendwas und ich weiß dass das spiel irgendwie auf einen entweder auf einem browser geben oder auf ein handy game basiert oder auf irgendein von beiden also ja von da stammt die story irgendwie aber ich glaube die story geht sogar noch ein bisschen weiter oder irgendwie so weiß ich nicht jedenfalls gehen wir jetzt mal rein und gucken wir mal ich hoffe ja man kann so in mittendrin pause machen oder hat alles in so szenen eingeteilt ist so wie in den anderen film von den 1.5 und 2.5 remix das wird es ein bisschen einfacher machen so zu schneiden und so ach ja und hier haben auch neue engine so grafikmäßig was auch glaube ich die gleiche engine wie kingdom arts 3 sein wird ein spiel fortschritt spiel fortschritt wird gespeichert okay ich habe fortschritt so ja da sehen wir schon dann gucken wir mal ja schon für untertitel untertitel aktivieren ja dann lernen wir uns jetzt mal zurück und gucken uns das gemeinsam an ja und das war das entweder mobile oder browser geben genau dann kann ich nicht lesen ich nehme an das fast irgendwie so die ereignisse vom browser geben oder so ein alter so schnell kann ich nicht lesen das ist okay ich lebe den kontor mal weg ich hoffe ich habe nicht irgendwie vibrationen also irgendwie vorkommen werden weil ich dort jetzt hier auf den tisch packen und dann wenn er vibriert dann hört man halt immer so und ja dann erschreckt mich mal zu tode er tut mir leid so schnell kann ich nicht leben also ja weil es ja irgendwann wichtiges vorkommt oder so dann tut es mir leid ich bekommen es nicht mit das sind immer die gleichen sachen gefällt ein baby die seite torte paul moment aber ich nehme an das fast jetzt irgendwie nur so die ereignisse von im browser gehen oder so handy gehen wo er war es auch immer zusammen man kann sich glaube ich irgendwie ein charakter erstellen und dann weiß man auch durch die ganzen welten und so da sind auch diese maskenträger also ich meine ganz offensichtlich auch in verbindung dazu zu stehen man kämpft gegen andere das war traumfängerzeichen glaube ich wer hatte sehr nords schlüsselschwert diese solche sachen deswegen nehme ich dann auch weil ich solche sachen irgendwie entdecken will und ja wo ich sagen kann hey ich habe das bemerkt worin ich eigentlich normalerweise nicht so gut bin und da war der schlüsselschwert krieg oder so schik aber die back cover das hat ski zeichnen aber jetzt immer im richtigen anfang wie ich mal sagen luxor luxor bedeutet nicht die zwei kundenträger so da mx you the indispensable number seven man simpel you six plus me is seven woi don't tell me i don't count no das ist sehr schlüsselschwert das tausend jahre vorspielt also er hat schwert soll ja auch sehr alt sein habe ich gehört also muss es ja nicht unbedingt sehr und hat jetzt hier sein wenn er tausend jahre vorspielt dies wird be called the age of fairy tales it all began here in daybreak town the master of masters had an eye that gazes into the future he bestowed upon five of his six apprentices a copy of the book of prophecies in which was written the events to come ich träge einen schwarzen mantel weil so der stimme erinnert mich sehr an sie war best charakter übrigens ich weiß der hauptwäsche ich der gesamten serie ich habe eine theorie ist natürlich schon seit jahren hier durch die gegend laufen und die war ist der tüte klingt wie siehtbar oder break halt der schwarzen der schwarzen der schwarzen der schwarzen der schwarzen und der schwarzen die die schwarzen es hier aber es die 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 in Schmerzen sind. Ich verstehe. Das ist weshalb du uns diese Schmerzen hast. Mit diesen können wir die Sprache des Lichter und können wir die König-Kirche aus Schmerzen schützen. Nein, sie sind nicht für die König-Kirche. Die Schlussfolgerung steht »Nach dieser Schmerzen, eine große Krieg werden. Schmerzen werden und Schmerzen werden. Es ist unsere Aufgabe, dass die Schmerzen von Schmerzen zu verbreiten? Nein, nicht möglich. Was? Sie wirklich denken, dass Sie die Zukunft ändern können? Dann... Was wollen wir machen? Wir müssen uns auf das, was nachher kommt. Es gibt keinen Vorteil, dass die Dinge ändern, die wir wissen, werden. Aber was ist alle die, die jetzt hier sind? Und die, die hier werden, wenn die Schmerzen endlich kommt? Sie sind eine Schmerzen bekommen, auch bekannt vor. Übrigens. Du sagst mir, dass du denkst, dass die Welt nur nur sieben Menschen können? Wir müssen versuchen, mit genug Keyblade-Wilders, wir können... Ja... ...ja, all right. Good luck. Der Typ hat so den gleichen Charakter wie Sigbar. Der ist der Hauptwiesig der gesamten Serie. ich sage nicht als verwandt mit eisen wegen der haarverbund den namen die virtuellen Indie, die die Maske des Schneck, hat ihre Rolle gesucht über die anderen mit einem rechtlichen Augen. Die Angstsäde, die die Maske des Beers, hat ihre Rolle gesucht, um ihre neue Leiter zu unterstützen. Die Prudente Ava, die die Maske des Foxes, hat ihre Rolle gesucht, um die Exzeptionale K-Blade-Wielders für den Welt. Die Kul-Headig Gula, die die Maske des Beers, hat ihre Rolle gesucht, um die Mysterie des Bibel von Prophecien. Luxu, der erste von den Apprentissen, die ihre Rolle gesucht hat, hat ihre Beers, als sie gelernt haben, was sie zu tun haben. Dann, er hat sie gesucht. Nicht lange nachdem, der Master hat die Maske des Beers, hat sie gesucht, und hat sie gesucht. Okay, interessant. Und dann, wir dive into the heart. Das ist, wo deine Geschichte begann. Die Geschichte von deinem eigenen Geist. Die Geschichte von deinem eigenen Geist. Fünf von den Apprentissen, die sich mit dem Bibel von Prophecien. Sie haben beide eine Union gegründet. Das würde seine Worte erreichen. Dann, sie setzten aus den Keyblade-Wielders, genau wie du. Bei der Beersichtung des Heartless, die Monsters der Darkness. Sie würden die Leicht sammeln. Wer erzählt die Geschichte da überhaupt? Ja, doch Chi. Ich habe richtig gelesen. Ich habe so, ich muss in einem Run ja alles aufnehmen, weil ich scheine hier keine Pause machen zu können. Das ist ein Traitor zwischen uns. Du bist sicher? Was hast du die Beersicht? Ich gefunden das, das zu schnauben. Ist das ein Scherrathie? Ist das ein Schmerz? als wegen traumfänger nightmare für die musik im hintergrund ok oh right before i forget if a wielder is overcome by mouse or rather if their heart is tainted by darkness their adorable little spirit will turn dark and become a nightmare so you're telling us that if we see a nightmare someone has fallen into darkness exactly and if you don't stop this renegade spirit it'll plant darkness in the hearts of others and you'll have an army of nightmares on your hands beware so if we see one of these nightmares anywhere we have to get rid of it on the spot no wonder you ended up as the bear you're scary your point maybe you can growl at them don't insult me die wir sagen ganz schöner blitzberger it's not me there's an easy way to solve this if we also in our spirits and will know unfortunately there are countless wielders in our unions it would be easy for any of us to summon a charity that isn't a nightmare i'm afraid that your suggestion wouldn't help us get to the bottom of this that's highly unlikely do you recall the tool the wielders were given in order to make them stronger we generally don't concern ourselves with what they have at their disposal however i believe those tools were the nightmares doing the bangles i know when they're equipped they have the power to collect dark energy but i thought we all agreed that was okay collecting is fine but using that power it's a brilliant plan everyone knows that all spirits look the same and wielders exist in spades there's no way to tell oh no everyone's already equipped their bangles so what now how do we find out who's behind this seeing as those bangles couldn't have been acquired by just anyone i believe it's one of us here in this room no era i respectfully disagree what proof do we have that the bangles are tied to the power of darkness or if a nightmare is to blame we shouldn't simply jump to conclusions era some leader you are you've managed to plant seeds of doubt in all of us with that speech what did you expect the traitor to give themselves up with that accusation of yours that was foolish as said that's quite enough it looks to me like the master made the wrong choice wait where do you think you're going i think we're done here i trust you'll keep us all updated ja diese allerbeste freuen auf jeden fall i hope we can all resolve this didn't go as expected what's wrong era this isn't like you the last page something's missing from our book of prophecies each of our copies we're said to contain the events of the future but this incident well it's nowhere to be found it's nowhere to be found and how does this whole thing with the traitor tie together like i said it's nowhere to be found in my book era are you implying that someone is in possession of the missing page and the person with the complete book is the traitor there is something going on and the page is suspiciously missing from the book it's not so far fetched to assume that the one who has the last page has been turned that they have fallen into the hands of darkness that is you may be onto something i wonder could this have been the masters plan all along to grant the last page only one of us we have no way of knowing master is gone und so kommt alles zusammen der spielt nur mit euch er tut seine puzzle teile so angieren wie er will er kann noch eine zukunft sehen ring ist was hat doch irgendwie so ein auge case of in wie ich glaube so heißen irgendwie ein kapitel ringswander like a set you may have to take over for me but don't be shy just be fair then do not be afraid to speak up even though I say observe you'll need to be the mediator make sure people get along I understand but without you or lushu to form and maintain our own unions is it's a little unnerving to be honest oh come on lighten up a little maybe I'll never disappear what do you want me to go what no of course not I was just kidding oh I see look I get the change can be hard for everyone but things need to keep moving forward and you keep up otherwise you'll just get left behind all alone now that you know what the future holds is your heart say mayor hat your guiding key du bist ganz schön irgendwie gelassen und so für irgendwie ein paar anführer ihr von allen i thought he would make a great leader he let me down well what do you two think you don't believe what era said do you of course not his argument was unconvincing it's like in be said he's just making baseless assumptions given the situation there's no evidence to tie his accusations to anyone let alone one of us maybe there's something he hasn't told us and he needs to tell us how dare he look at us with suspicion we're his comrades I wouldn't call us comment anyway could you get to the point I know you didn't call us here just to complain I want the three of us to form an alliance but alliances are forbidden I said I knew it I had a feeling it would come to this so we join forces then confront era confronting him is pointless era won't change his mind I know there's darkness at work there's no question but I don't believe for a second there's a traitor among us unfortunately era doesn't share the same belief he's just wasting time trying to figure out who the traitor is the darkness won't wait and neither should we we need to band together now and find a way to fight it guess it makes sense I agree that we need to do something to fight the darkness but combining our unions that was strictly forbidden by the master is no longer here i mean it was never so'n typ der typisch jungs die drastische maßnahmen and nimmt die ja nur irgendwie für noch größere schwierigkeiten sorgen neben die eine allianz miteinander schließen Machen die sich zu Feinden, zu den einen Typen, zu Aira. Und das kann ich gut ausgehen. Das ist deine Wahl, zu machen. Du solltest, was du fühlst, ist richtig. Ja. Bei der Weise, Asen. Haben Ira und Envi gehört? Ich habe nicht mit Ira über das, für die wunderschöne Reisen gesprochen. Aber ich fragte Envi, um uns zu joinen. Wollte du mich sehen? Kula, Ava, was machst du hier? Was ist das Sinn? Entschuldigung, Envi. Ich will eine Beziehung zwischen unseren Unions. Gula hier hat bereits gewählt. Will du uns mit uns? Und zusammen, wir können... Und verabschieden die Master's teachings? Wir haben keine Wahl. Die Schmutz kommt, und wir brauchen, um unsere Kraft zu kombinieren, um gegen sie zu stehen. Der Master bestäut uns mit einer anderen Rolle, und er speziell hat uns, um unsere Unions zu verabschieden. Er hat uns gesagt, dass irgendeine Unions zu verabschieden wird, um ein Wunderschöne für mehr Macht, welches zu schmerzen führt. Ich weiß, dass du es nicht vergessen hast. Vielleicht ist es dich, der durch die Schmerzen getestet wurde. Weil das ist meine Rolle. Um uns zu verabschieden, ja, aber nicht um alles zu verabschieden, was wir sagen und tun zur Ära. Das ist... Für alles, was wir wissen, dass du in der Ära, die Allaisen zu schmerzen können, die schmerzen hinter unseren Backen. Das ist genug. Oh Gott. Wir brauchen den Meister wieder. Er ist wahrscheinlich nur ein paar Tage weg, schon... Wenn er wiederkommt, ist die ganze Stadt einbrennen wegen denen. Ich will nicht, dass wir uns gegen uns verabschieden können. Meister Alva. Oh, hallo. Ihr Name ist Ephemer, richtig? Ja. Hey, kann ich dich mitmachen? Ja. Warum hat er eine lange Gesicht? Hat etwas passiert? Oder weißt du, hat er seine Maske auf? Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Do you remember what you asked me before? About why the unions compete against each other instead of working together? Actually, I always wondered the same thing. Huh? Isn't it just because the Master said so? Yes. And as such, we must obey. The Master said so. So it is. Lately, I've really started to wonder. You once told me that you were looking for answers. That you wanted to solve the mysteries of this world. Well, I think that's how things should be. We need to question things and think for ourselves. Whoa, you are really not yourself today. I guess even foretellers have their off days. Hey, maybe talking about the book will cheer you up. Not a chance. Aww. You were trying to pull a fast one on me, weren't you? Oh, no, no, I was joking. If you say so. But, to be honest, I think it would be great if all the unions could work together and be friends. You know, I made a friend from another union today. I wasn't much of a talker. Maybe just shy. We're meeting again tomorrow. That sounds like so much fun. Then, you'd better go home and get some sleep. Kay. Well, it was nice talking to you. I don't know what's got you down. But please cheer up. Thank you. The worst happens. I'll be glad to lead the future to the kids who see the world in the way that you do. Let the wind carry you far, far away. My Dandy Lions. Okay. Also es scheint doch die Ereignisse von dem Spiel irgendwie nachzustellen. So lag ich falsch am Anfang. I don't believe he is. Why's that? Tua said, unification is a means of gathering strength to oppose the darkness. So I believe his heart still belongs to the light. Even so, forming alliances was strictly forbidden by the master. Yes. And his teachings are absolute. That's why I will try and persuade Gula to dissolve their alliance. Then I'll do it. No. Oh, please let me do the talking. Your intervention will do nothing more than spurr a sense of anger. All right. I'll leave it to you. Die Mädels scheinen irgendwie die Einzigen zu sein, die irgendwie normal sind. Tust du das? Es gibt doch gleich seinen Tisch um und schmeißen mit Reagenzchen um sich. Er hat voll die gleiche Wandlung irgendwie wie King. Er hat wahrscheinlich genau die gleiche Wandlung wie Terra. Er hat schon den seine Stimme. Er kann doch nicht gut ausgehen. Aber ist ja in den Monaten passiert. Ja, aber... This alliance is meaningless. Even Envy agrees. Oh... Envy? Uh-oh. You weren't supposed to find out. Is Envy the one who told you to break our alliance? Maybe. I'm the one who decided to do it. And I've already told you why. But we don't even know who the traitor is yet. And that's exactly why. Der Typ wird ja alles kaputt machen. Don't you realize, you won't stand a chance against the darkness on your own? Sorry. My mind's made up. Der Typ ist auch gelassen wie sonst jemand. Der Tybedglass, der würde ja nicht beendet werden. Da ist ja der Typ ist auch Pole-Visten. Der wetter zu irgendwelchen... Nein. Also, was hast du? Du hast nicht vergessen, hast du? Du bist derjenige, der mich hier called. Nein, ich war nur schützend. Ich habe nicht vergessen. Gib mir ein paar Kredite hier. Ich war nur testen. Genau. Jetzt, lass mich erzählen Sie über Ihre Rolle. Du bist der Ere-Handmann der Ere-Handmann. Was? Der Ere-Handmann der Ere-Handmann? Was bedeutet das? Na gut, die Ere-Handmann der Ere-Handmann wird sein, nachdem ich gehe. Sollte dich einfach. Keine Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Herr. Was bedeutet das, die Ere-Handmann der Ere-Handmann zu sein? Was? Ist das eine Entschuldigung, ich höre? Du willst sein Leiter? Nein! Ich meine, wenn du mich gefragt hast, das ist eine andere Geschichte. Aber ich war nicht versuchen... Du wirklich willst sein Leiter, oder? Ich... Ich... Ich weiß, du willst es. Aber das ist nicht genug. Einige Kredite kann sagen, Du bist. Du bist eine große Anerkennung. Gut gemacht! Und du bist ein Handmann. Aber Entschuldigung allein ist nicht ein großartiger Leiter. Ere braucht jemanden wie dich, um ihn in die richtige Richtung zu geben. Uh... Ich verstehe. Ich verstehe. Ere ist definitiv die größte Leiter in uns. Ich bin sicher, dass er ein guter Leiter wird. Und dann ist es entstanden. Ich verstehe, dass er Leiter ist. Aber warum brauchen wir einen neuen Leiter, Master? Das bedeutet, dass du uns nicht mehr beherrschst? Ich verstehe! Ich verstehe! Du bist eine andere Seite! Warum? Du bist später! Es verstehe. Das war mir versonst. Nein, ich weiß nicht, ob ich ausstehe. Es wäre jemandem valores zu sein, oder nicht. Ich verstehe. Aber In any case, you need to support Ira. We both know he's quite serious. He's always just thinking and thinking and thinking behind that unicorn mask of his. So everyone will be counting on you to spur him into action. Oh, right. You might not be entirely happy with your role, but just know that it's the most important one. Capisce? Hm? Shall I elaborate? Making Ira the leader is all good in theory, but some time later you might think, he's terrible at this. In which case it'll be your job to step up. I'm not sure that your leadership might be just what everyone needs. And that is your true lord. He's too teuer. He's a fuller Puppenspieler, the type. He's a hard to be your guiding key. Best of luck, I said. I'm veryвол gripe. I'm very captains. Where the wheel? Yeah. Vielen Dank.